Nun beschäftigen wir uns mit dem wichtigen Satz von Bolzano-Weierstrass. Welcher besagt, Doppelpunkt, jede beschränkte Folge besitzt mindestens eine konvergente Teilfolge. Das heißt, für die Voraussetzung des Satzes von Bolzano-Weierstrass muss eine Folge beschränkt sein. Dazu lasst uns doch erstmal anschauen, was es überhaupt heißt, wenn eine Folge beschränkt ist. Eine Folge ist genau dann beschränkt, wenn ein s aus den reellen Zahlen existiert, sodass der Betrag von a n kleiner gleich diesem s ist, und zwar für alle n aus den natürlichen Zahlen. Nochmal zur Erinnerung, der Betrag, der bedeutet, dass a n kleiner gleich s ist, aber auch a n ist größer gleich minus s. Demnach ist die Folge bzw. die Folgeglieder im Koordinatensystem wie folgt beschränkt. Auf der einen Seite ist die Folge nach oben durch s beschränkt und auf der anderen Seite ist die Folge nach unten durch minus s beschränkt. Das heißt, die entsprechenden Folgeglieder agieren nur innerhalb dieses Bereiches. Kein Folgeglied ist größer als s, aber auch kein Folgeglied ist kleiner als minus s. Das bedeutet, wenn eine Folge beschränkt ist. Des Weiteren sollten wir den Begriff der Teilfolge klären. Was eine konvergente Folge ist, das wissen wir bereits. Jetzt müssen wir noch klären, was es bedeutet, eine Teilfolge zu sein. Eine Teilfolge ist auch eine Folge, die entsteht, wenn wir Folgeglieder aus der ursprünglichen Folge weggelassen. Das heißt, wir haben einen Ausdruck, der wie folgt aussieht. a n von k. Das heißt, hier unten dieses k oder dieses n von k ist eine weitere Abbildung, die dafür sorgt, dass wir bestimmte ns weggelassen und so nur eine Teilfolge haben. Das heißt, am besten mache ich das mal mit Hilfe eines Beispieles klar. Dazu betrachten wir die Folge a n, die wie folgt definiert ist. minus 1 hoch n mal n. Die ersten Folgeglieder sehen danach wie folgt aus. Als erstes haben wir minus 1, dann haben wir 2, dann haben wir minus 3, dann haben wir 4, dann haben wir minus 5, dann haben wir 6 und so weiter. Wir könnten jetzt eine Teilfolge betrachten, indem wir hier unten noch eine Abbildung reinschreiben, zum Beispiel 2n, die dann nur die positiven Folgeglieder liefert. Denn jetzt setzen wir für n nur die geraden Zahlen ein. Das heißt, diese alternierende T an minus 1 hoch n fällt weg, beziehungsweise ist nur die 1. Das heißt, negative Zahlen tauchen gar nicht auf. Das heißt, jetzt mit 2n betrachten wir nur die geraden Folgeglieder. Das heißt, wir betrachten a2, das heißt, wir betrachten a4, a6 und demnach haben wir Zahlen, beziehungsweise Folgeglieder wie 2, 4, 6 und so weiter. Aber wir haben auch unendlich viele Folgeglieder. Das heißt, eine Teilfolge ist weiterhin eine Folge, aber die entsteht, wenn wir bestimmte Folgeglieder von der ursprünglichen Folge weglassen. Das heißt, hier haben wir gerade die negativen Folgeglieder weggelassen. Okay, zurück zum Satz. Dazu betrachten wir beispielhaft folgende Funktion. a n ist hier minus 1 hoch n. Diese Folge im Koordinatensystem Ganz offensichtlich ist die Folge durch die Grenze s und minus s, was in diesem Fall 1 und minus 1 entspricht, beschränkt. Das heißt, ich halte das hier nochmal fest, die Folgeglieder a n, das heißt, der Betrag der Folgeglieder ist kleiner gleich 1, das heißt, 1 ist unsere Schranke und zwar für alle n der natürlichen Zahlen. Demnach ist die Voraussetzung für den Satz von Borzano-Weierstrass erfüllt. Das heißt, nun können wir mit Sicherheit sagen, dass es mindestens eine konvergente Teilfolge gibt. Dann lass uns doch mal eine Teilfolge betrachten, indem wir sagen, na gut, wir betrachten jetzt die Teilfolge, dass wir nur gerade n in die Folge einsetzen. Dort haben wir dann nur die positiven Zahlen, das heißt, die Einsen zu verzeichnen. Das heißt, diese Folge, wenn wir nur gerade n einsetzen, liefert uns eine konstante Teilfolge mit 1. Diese konstante Folge konvergiert natürlich selbstverständlich für n geht gegen unendlich gegen 1. Wir könnten aber noch eine weitere Teilfolge betrachten, indem wir jetzt nur ungerade Werte einsetzen. Wenn wir nur ungerade Werte einsetzen, dann erhalten wir die negativen Zahlen, das heißt, die minus 1. Das heißt, für dieses n ungerade Werte eingesetzt, das heißt, so was wie 1, so was wie 3, so was wie 5, dann bleibt hier immer ein minus 1 stehen, denn wir haben hier dann dadurch nur die negativen Werte. Und diese Folge, diese Teilfolge konvergiert ganz offensichtlich gegen minus 1. Dies war ein Beispiel, wie wir den Satz von Bolzano-Weierstraß anwenden können. Wir haben gezeigt, dass die Folge beschränkt ist. Dadurch wissen wir, die Voraussetzung des Satzs von Bolzano-Weierstraß ist geliefert und wir wissen, es existieren konvergente Teilfolgen. Die müssen wir dann nur noch finden und die können wir in der Regel für uns Anfänger schon mal dadurch ganz einfach klassifizieren, indem wir es schon mal ausprobieren, sind es vielleicht die Folgeglieder, die wir erhalten, wenn wir nur gerade n einsetzen oder sind es die Folgeglieder, die wir erhalten, wenn wir nur ungerade Folgeglieder eingeben. Okay, ich hoffe, dies hat insgesamt ein bisschen weitergeholfen. Okay, jetzt nach zu mir, Punkt. Drum control. Soll es. Ungerade… Ich schreibebe, mich schon mal bei euch.